Wollt ihr die totale Kolonie? Ja, weiß ich nicht. Ja, wollen wir das. Daniel ist wieder aufgewacht, letztes Mal da geschlafen. Jetzt wacht er wieder mit uns über Tinderland. Über Tinderland? Ja, denn immerhin haben wir nur wegen dir die Kolonie so genannt. Aber finde ich okay. Finde ich okay. Ja, also das ist unsere zweite Aufnahme heute. Ja, dazwischen war eine Stunde Pause, in der Daniel geschlafen hat. Aber das ist auch klar, weil er hat wir sind die sieben Uhr morgens durchgefeiert. Die alte Schnapsleiche. Und das ist aber völlig in Ordnung für mich. Denn Menschen tun so etwas. Ich schäme mich, das war jetzt aber auch seit langem wieder mal so. Ja, ja. Als ob das nicht jedes Wochenende so läuft. So, wir haben das letzte Mal angefangen, unseren Innenhof zu bauen. Der sieht auch schon recht ordentlich aus. Aber ordentlich. Da muss ordnung rein. Wir haben auch das letzte Mal schon eine ganze Menge Kartoffeln geerntet. Die müssten noch mal irgendwie ins Haus gebracht werden. Wenn die hier nicht gerade schon wieder Steine durch die Gegend schleppen würden, die Leute. Kann mal jemand vielleicht immer nur Steine tragen, wirklich. Hier mal jemand die Kartoffeln holen. Weil die vergammeln uns da draußen nur. Draußen sind 26 Grad. Und es wird noch heißer. Und es wird noch heißer. Im Kühlraum sind es 10 Grad. Das heißt, das ist hier besser auf jeden Fall. Für Kartoffeln. Aber es sollten eigentlich minus 18 Grad sein. Also irgendwas funktioniert da auch noch nicht so ganz. Vielleicht liegt es an der Stromversorgung. Ne, die ist eigentlich ganz gut. Wir sind auch schon 5 Leute. Das ist eigentlich gar nicht mal schlecht. Also mein Höchstes war bisher 8, glaube ich. Was machen wir jetzt? Wir machen... Was machen wir jetzt? Schach. Schach. Wir können mal einen Schachtisch irgendwo hinstellen. Und Stahl. Stahlschach. Es geht auch schon wieder alles schief hier. Das passt. Wenn wir uns so Stühle hinstellen können. Wollen wir es denn, dass ich direkt ihm die Heizung packen? Ne, ne. Ich würde das hier in den Flur stellen. Einfach weil im Flur ist noch Platz. Dann packen wir da noch zwei Stühle daneben. Hier einen. Und nur gucken, dass der richtig rum ist. Dass sie da nicht falsch rum drauf sitzen müssen. Das macht die Sache deutlich komplizierter. Das macht das. Wobei bei Star Trek ging es auch. Bei Next Generation. Hier Commander Riker hat auch immer sich so komisch auf die Stühle gesetzt. Weil er hatte doch Rückenprobleme. Jonathan Frakes. Und dann ist er immer über die Rückenlehne der Stühle rüber gestiegen. Weil er sich nicht normal auf Stühle setzen kann. Hat er immer so ganz komisch. Musst du dir mal angucken. Gibt es ganz viele Zusammenschnitte, wenn du es nicht kennst. Das ist super geil. Das ist super geil. Das ist You Can't Unsealed. Wenn du jede Folge Next Generation sitzt, setzt sich Riker irgendwann irgendwo hin. Und jedes Mal steigt er über die Rückenlehne rüber. Anstatt rumzulaufen und sich einfach hinzusetzen. Wegen seiner Rückenprobleme. Wegen Rücken. Weil er den Rücken nicht beugen konnte. Das sieht ganz komisch aus. Fällt einem nicht auf, wenn man es gerade guckt. Aber es ist mir wirklich noch nie aufgefallen. Es ist mittlerweile ein richtiges Meme. Ein bisschen Pitch Perfect. Hat damit nichts zu tun. Aber ist egal. Du kannst nicht einfach Worte in den Raum stellen. Nichts mit der aktuellen Situation zu tun. Also kannst du schon erwarten. Dann erwarte nicht, dass es logisch ist. Nie. Aber. 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 Mama mia. Sollen wir mal dem Hund was beibringen. Der kann doch nichts hier. Das ist scheiße. Wollen wir dem Jagen beibringen? Erstmal Gehorsam. Was ist das hier eigentlich? Markiert Zahmetiere geschlachtet werden sollen. Nee. Nee. Achso. Den Hund wollen wir nicht schlachten. Aber wir können ihm mal gehorsam beibringen. Das Tier kann freigelassen werden. Und es kann entfernte Ziele angreifen. Das finde ich ganz geil. Das machen wir mal beides. Und das muss ihm jetzt noch konditioniert werden? Das muss ihm jemand beibringen. Müssen wir mal gucken, ob wer hier Tierpflege hat. Das haben immerhin drei Leute. Können wir mal vier Leute draus machen. Und dann sollte das irgendjemand tatsächlich ihm mal beibringen. Guck mal, du machst das gerade. Ja? Feiner Junge. Du bist ein feiner Junge. Hier mit ein bisschen Fleisch. Mein Mörderer schreibt eine Nahrungsmittelvergiftung bekommen. Du bist so ein Idiot. Was ist das eigentlich? Gibt doch mehr. Was ist eigentlich los mit dir? Aber hier, Training erfolgreich gehorsam. Das hat schon mal geklappt. Das ist gut. Sein Training gehorsam ist abgeschlossen. Das heißt, das Tier kann einem Meister zugeordnet werden, dem es folgen und verteidigen wird. Du bist der Meister momentan. Sehr gut. Du bist der Master. Sein Meister. Sein Herrchen. Was ist das hier eigentlich? Komprimierter Stahl. Was ist das? Komprimierte Bauteile. Ich finde es geil, dass Bauteile im Berg drin sind. Das habe ich als Geologe so nie gesehen. Aber ist halt so. So, was haben wir denn jetzt hier gerade am Laufen? Wir haben die Kartoffeln wachsen, aber wir haben auch noch genug Essen. Wir könnten mal, ich überlege, was wir so, Forschung machen wir gerade. Was brauchen denn unsere Leute? Die haben doch immer Bedürfnisse. Können wir mal gucken. Sehr niedrige Erwartungen. Okay, abscheuliches Schlaffach. Nur weil es hier ein bisschen dreckig ist? Sollen wir den Staubsaugerroboter anschaffen oder was haben die für Probleme? Das ist super. Gibt es leider nicht. Hell 9000. Fühle mich nicht. Ich kann das nicht tun, Dave. Abscheuliche Umgebung. Zurgewiesen von Sayuri. Aber ist nur noch minus 5. Ist nicht mehr so schlimm. Gut, Sayuri, hässliche Umgebung. Die mag echt gar keine hässliche Umgebung, ne? Ich hätte echt ein Problem damit. Aber vielleicht... Ach, sie kann nicht reinigen. Natürlich nicht. Kann sie nicht oder will sie nicht? Ich kann nicht, wohne in der... Ich will nicht Straßen normalerweise. Sayuri ist beim Reinigen ausgeklickt. Ja, dann soll sie jetzt mal reinigen hier. Die soll jetzt mal was tun, um die abscheuliche Umgebung zu verschönern. Verschönern. Warum ist denn überhaupt überall Blut? Das ist doch... Gute Frage. Also, naja, ich meine, wir haben zwei Frauen da. Es kommt diese Zeit im Monat. Und hast du auf diesem Planeten irgendwo schon mal Damenbinden gesehen? Wir müssen das entwickeln. Ja. Das kann doch nicht in der ganzen Putze hier überall Blut sein. Oh, doch. Oh, doch. Jetzt müsste aber eigentlich die Umgebung schon... Ne? Siehste. Abscheuliche Umgebung ist nicht mehr minus 15. Das heißt, wir haben jetzt gerade was Gutes getan. Sayuri hat meinen Heiratsantrag abgelehnt. Ja, na gut. War vielleicht jetzt nach einer Woche auf einem fremden Planeten. Alle im Stress. Sie hat auch noch ihre Tage. Ist vielleicht auch nicht der beste Moment gewesen. Muss man noch einfach sagen. Es ist heiß. Es sind nur 33 Grad, Alter. Also, ich meine, ich fände das auch zu warm. Aber auf dem Planeten hier können auch 50 Grad werden. Also, der soll mal chillaxen. So, irgendwie läuft das hier nicht so richtig mit dem Ausbau unserer Wand hier. Aber wir brauchen noch mehr Granit. Macht der hier gerade Granit? Ja. Dann sollte das doch jetzt möglich sein hier mal... Das ist schiefer. Wo hat er denn jetzt den Granit hingelegt? Bin ich gerade blind? Ne, hat er direkt wieder mitgenommen, ne? Ja, weil er hier jetzt baut. Was baut er denn da eigentlich? Wieso baut er... Dann noch ein Schlafzimmer. Achso, wir wollten noch ein Schlafzimmer haben. Ah! Ah! Überfall! Einer! Warte, warte, warte. Oh Gott. Die muss ich jetzt irgendwann mal schnell retten hier. Lauf, Elsie! Lauf! Ähm. So. Alle mal ins Haus. Pete kommt. Ich habe keine Angst vor Leuten, die Pete heißen. Pete hat eine Keule, oder? Pete hat eine dicke Keule. Aber ich meine... Come on. Wir haben Feuerwaffen. Äh, der weiße Mann hat Feuerwaffen. So. Dann können wir Pete doch... Wir haben sogar mehrere Feuerwaffen. Wir können ihn ja mal direkt hier empfangen. Mit, äh... gesehen... Head to rebuff Döni. Oh, da ist was nicht richtig übersetzt. Ähm. Ich musste Döni zurückweisen. Hm. Ich bin auch immer noch traurig. Ist das ja auch Sayuri? Ja. Sayuri ist halt einfach die krasse Bitch. Um die dreht sich alles. Sie ist ja auch in der Mitte hier oben. Weißt du, sie ist so die kleine Asiatin, um die sich alles dreht. Also, keine Ahnung. Kommt mir aus der Realität auch ein bisschen bekannt. Ja, hab ich nie gesehen, nicht gemerkt. Nee, kenn ich nicht. Kenn ich nicht. So. Ähm. Dann haben wir das. Das Häschen muss schon noch sterben. Weil wenn sich ein kleines Tier hier in die Nähe verirrt... Tut mir leid. Das ist automatisch des Todes. Du liegst im Krankenbett. Zurecht. Denn du musst ja schließlich behandelt werden. Befehle. Wir bauen mal hier noch den Scheiß ab. Das war hier Stahl, ne? Stahl kann man nie genug haben. So, dann kannst du, Juri, nämlich auch mal was anderes machen als forschen. Bist du auch mal ganz schön für sie. Ja. Abwechslung. Abwechslung. Was haben wir denn jetzt hier noch? Schieferblöcke. Ich überlege gerade, was hier so an... Ich bin immer noch ein bisschen für Marmorboden in der Küche, ehrlich gesagt. Ich finde es auch gut. Was? Wieso ist das Zeug verdorben? Ist es hier zu... Wieso haben sie jetzt die Leiche da reingebracht? So war das aber nicht gedacht. Können wir den nicht verarbeiten und schlachten? Ja. Weiß ich nicht, ob wir das machen sollten. Weil da begibt man sich auf ganz dünnes Eis. Leichen. Menschenleichen. Nord, please. Wir hatten doch Gräber, ne? Hier im Wald. Dann machen wir doch einfach nochmal... Zwei mehr. Damit wir nicht die Leiche im Kühlraum haben. Die Leiche im Kühlraum. Na gut, da gehört sie an sich auch hin. Oh, das Hählchen schläft da. Ja, bevor es erschossen wird, schläft es nochmal eine Runde. Finde ich gut fürs Häschen. Ja, mich auch. So, aber hier sind echt immer noch eine Menge Tiere um uns rum. Aber wir müssen die gar nicht... Vielleicht vermehren die sich, ja. Ja, ja, machen sie auf jeden Fall. Aber halt normalerweise langsamer, als man sie tötet. Aber wir haben relativ früh ja schon Landwirtschaft angefangen. Und die Kartoffeln sind ja schon wieder zur Hälfte gewachsen. Wir haben ja uns auch an sich noch welche. Also das läuft auf jeden Fall ganz gut. Du hast dich vollständig erholt. Der ist immer noch von Sayuri traurig. Die hat sehr beengte Umgebung. Ohne Tisch gegessen. Achso, weil wir einen Stuhl zu wenig haben. Guter Hinweis. Manchmal ist es ganz gut auf seine Bewohner zu hören. Kann man mal zwei Stühle hinmachen. Irgendwie benutzt... Weiß nicht, ob jemand das Schachbrett benutzt. Wäre ja ganz wünschenswert. Immerhin haben wir es extra für die Deppen gebaut. Mann, Mann, Mann. Diverses. Wir können ein orbitales Funkfeuer noch bauen. Wozu ist das gut? Für orbitalen Handel benötigt. Du kannst nur Waren verkaufen, welche sich im Lagerbereich befinden. Also wir müssten sozusagen das Funkfeuer dann sinnvollerweise irgendwie hier hinstellen. Damit wir überhaupt Sachen verkaufen können. Aber wir können Funkkontakt herstellen. Werkzeugschrank brauchen wir nicht. Sicherheit. Wir können Fallen hinstellen, Sandsäcke. Wir sollten uns mal so eine kleine Verteidigungsanlage hier mit Sandsäcken bauen. Das ist, glaube ich, nicht so doof. Dass wir sozusagen Deckung haben und die Gegner aber nicht, wenn sie auf uns zurennen. Weil da, wie gesagt, der erste Schuss schon entscheidend sein kann. Oder der erste Schlag mit der Keule. Ist jetzt eigentlich hier schon das Training weiter. Leine lösen. Aber müsste eigentlich... Also eigentlich müsste dann hier eins von zwei stehen, wenn da irgendwie ein Fortschritt passiert ist. Genau. Also, nö. Nehmen wir an, noch nicht. Ich nehme auch an, nicht. Wir haben aber schon richtig viel Schiefer. Wir haben relativ viel... Ja, komm, wir machen das jetzt. Wir sind jetzt mal dekadent. Scheiß doch drauf. Äh, Metall, Gold, Steril. Achso, hier hinten. So, mal gucken, wie viel brauchen wir da. Ja, ja, ja. Scheiße. Na, ist egal. Wir fangen jetzt trotzdem mal an. Hatten wir eigentlich ausgewiesen, dass auch Marmor gemacht werden soll? Äh... Ne. Leider. Aber das sieht doch schon gleich ganz anders aus hier in der Küche. Gemütlich. Okay, jetzt... Wäre mir lieber gewesen, sie hätten erst mal eine Reihe fertig gemacht. Langsam ernährt sich das alles. Aber ist jetzt auch egal. What the fuck? Also, jetzt brennt's. Okay. Kann das jemand löschen? Äh, und es ist ein Blitzsturm. Das ist sehr gefährlich, weil das kann dafür sorgen, dass das Haus angezündet wird. Alter Falter. Alter Falter. Die sind... Das ist echt scheiße. Vor allem, weil das Wetter sieht eigentlich ganz gut aus, ne? Das sieht so nach Sonne aus. Aber das... Reicht sich gerade das Feuer überall aus? Ja, natürlich. Das ist leider eine realistische Physikberechnung. Das Problem ist, dass... Unser Haus brennt? Ne, noch nicht. Aber hier zumindest am Rande des Hauses. Löschen mal bitte. Können unsere Leute dann auch da am Feuer sterben? Das ist sicherlich möglich, ja. Los jetzt. Könnt ihr euch mal drauf konzentrieren, das scheiß Feuer zu löschen hier? Wollen sie irgendwie nicht. Naja, ist egal. Macht mal, macht mal. Macht mal, was ihr wollt. Also an sich kann uns nicht viel passieren, weil das Haus kann nicht brennen, wenn es außen aus Stein ist. Aber es kann halt alles drumherum abbrennen. Und das wäre mir ehrlich gesagt lieb, wenn das nicht passiert. Also gerade unsere Heilfrüchte, oh Gott, Heilpflanzen. Heilpflanzer. Also das mit der Brandbekämpfung, das ist auf jeden Fall... Feuerwehr, die Feuerwehr sind aber alle bis auf Sayuri, also... Jetzt geht hier auch das Ding kaputt, das ist natürlich richtig scheiße. Ja, ich weiß nicht, ob du da noch viel machen kannst. Du bist gerade so ein bisschen von den Flammen eingeschlossen. Ach, scheiße. Aber das muss wohl in jeder Staffel mal passieren, weil in der ersten Staffel ist das auch richtig schief gegangen. Da ist auch das Haus abgefackelt. Wir mussten das Spiel laden, weil es echt so kaputt war alles. Was ist mit ihm? Er ist irgendwie... Oh, scheiße. Der ist echt schlecht drauf. Ach, ihm ist ja heiß. Und ihm ist ungemütlich. Warum ist ihm denn ungemütlich? Das kann ich ja gar nicht verstehen. Scheiße. Daniel, das läuft hier nicht so geil. Nee. Aber es könnte noch schlimmer sein. Es könnten auch schon alle tot sein. Also ich habe das Gefühl, es geht in die Richtung, aber... Nee, nee, nee. Das ist noch alles im grünen Bereich. Wisst ihr was? Wir gehen jetzt mal hier ins Haus. Und sitzen die Sache mal einfach raus. Dann müssen wir halt die Heilpflanzen neu anpflanzen. Ist jetzt auch egal. Ist jetzt auch wurscht. Und es regnet. Yes! Unsere Heilpflanzen wurden vom Regen gerettet. Und unsere Kartoffeln auch. Es regnet, Daniel. Ich denke, das ist ein herausragender Moment. Ja, um ein Päuschen zu machen. Richtig. Nächstes Mal sehen wir weiter, wie es hier weitergeht. Bis dann, Leute. Ciao. Macht's gut. Ciao.